Es wird wohl ungeklärt bleiben, welche Worte sich die Spieler der Freien Turner Schweinfurt hier in den weiß-roten Trikots vor der Begegnung gegen den SV Aschaffenburg-Damm zugeflüstert haben. Es müssen magische Worte gewesen sein. Denn in der so immens wichtigen Partie gelang den Schweinfurt an einen Befreiungsschlag, der seinesgleichen sucht. Es waren erst wenige Minuten vergangen, schon hatte Marco Forner sein Team in Führung gebracht. Es gibt aber auch Tage, an denen der einen Mannschaft alles, der anderen nichts gelingt. Die andere, das war der SV Aschaffenburg-Damm. Florian Seehe zog ab, der Torhüter griff daneben, es stand 2 zu 0. Aschaffenburg-Damm war daraufhin bemüht ins Spiel zu kommen. Sie schafften es 30 Minuten, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Dann wurden sie erneut eiskalt für ihre Fehler bestraft. Marco Forner, sträflich alleingelassen mit dem 3 zu 0. Gelang den Turnern zu Beginn ein Doppelpack, legten sie nun einen nach. Seltsam passte vor das Tor, es stand 4 zu 0. Das reichte dann für die erste Halbzeit, ein beruhigender Zwischenstand. Die Entscheidung war natürlich längst gefallen. Die Demütigung sollte aber noch folgen. Damm, nur mit 13 Mann angereist, musste zur Halbzeit den Torhüter durch einen Feldspieler ersetzen. Und der konnte Marco Forner natürlich nicht an seinem dritten Treffer zum 5 zu 0 hindern. In die Torschützenliste durfte sich auch Thorsten Seltsam eintragen, der einen Elfmeter zum 6 zu 0 Abschluss. Die Gäste, die sich längst aufgegeben hatten, kamen aber noch zu ihrem Ehrentreffer. Einmal schön kombiniert und schon war das Leder drin. Das setzte bei den Aschaffenburgern keinesfalls neue Kräfte frei. Vielmehr motivierte das noch einmal die Turner. Seltsam zog ab zum 7 zu 1. Den krönenden Abschluss der Demütigung von Seiten der Turner setzte der eingewechselte Anthony Brinkley, der zum 8 zu 1 Endstand traf. Danach wurde der SV durch den Schlusspfiff erlöst. Die Turner werden nach dem Sieg sicherlich bedauern, dass es keinen Extrapunkt für die Höhe des Sieges gibt. Denn auch nach dem 8 zu 1 bleibt die Tapellensituation weiter angespannt. Der effektor der Dammt Der với Dammt Der beim Anwiti Der bei Dammt Den am war Dammt Sieg S curtis Kaufen